So Freunde, da sind wir wieder, nach der gleichen Posi, wo wir eben waren. Wir machen den gleichen Spielzug auch direkt normal, der war ganz in Ordnung, der hat ganz gut geklappt. Wir stellen allerdings Sir Mordred dieses Mal hierhin, der dann den Wachtangriff macht. Scheiße, der kommt da gar nicht. Jetzt hab ich's voll verkackt. Ah, das gibt es nicht. Jetzt hab ich wieder reingeschissen hier. Ja, äh, Lancelot, ne? Du bist leider nicht dabei. Für dich gibt's dieses, du bist nicht im Recall. Für dich gibt's dieses Mal leider keine Rose. So, mein Bester. Jawoll. Sehr schön. Das ist gut. Guck mal, der hat sich dieses Mal Mordred dran geholt. Ja, das ist in Ordnung. Das ist doch soweit jetzt erstmal. Okay. Ja, wie gesagt, damit kann ich jetzt erstmal leben. Ah, jetzt hat der den betäubt. Das ist so asozial, dass die die einfach mit so einem random Angriff betäuben dürfen, ey. Nein, Güte, ey. So. Mein Mordred darf ja glücklicherweise immer dann nochmal angreifen. So, machen weg. So, Key. Ran hier auf den Mäder. Der ist wieder in seiner, ist hier wieder in seiner Knebelform. Die sagten, ach, der ist schon wieder betäubt. Er nimmt den Gelegenheitsangriff mit. Jetzt dann halt jetzt so. Da, Jungsform. Lady Dindrain. Äh, da hinten, dann siehst du wenigstens welche. Hast du nicht nochmal? Das war's schon wieder. Gibt's aber nicht. Oh, Lancelot musst du auch wegmoven. Aber der kann nochmal Inspirationen geben, ne? Okay, die ist die Einzige, die... So mitlegen. Dann, okay. Ja, das Ding hier ist halt auch wieder das Problem, ne? Das muss halt auch wieder weg. Ja. Das ist nicht so gut. Komm, ey, da muss jetzt wieder noch so ein Vieh rauskommen. Komm, ja, Nebelform. Deine Mutter ist auch in Nebelform. Ja, perfekt, ey. Wer sind das da? Ach so, das ist, äh, Key. Ja, er kriegt natürlich jetzt auch wieder von allen in die Fresse. Das muss natürlich wieder sein. Er kriegt wieder von allen ins Maul. Die sind ja nicht blöd da drin, sich ihre, äh, sich ihre, äh, äh, Opfer auszusuchen, ne? Ja, er auch. Und eine Verletzungsmarke. Yes, baby. I love it. Gib mir mehr davon. Ja, hau nochmal drauf, hau nochmal drauf. Besser ist das. Besser ist das. Du bist natürlich, ja, das ist gut, dass du betäubt bist. Das macht bloß nicht mit, der ist wieder in seiner Drecksnebelform da, ne? Was heißt der? Können dir gar nicht so richtig helfen. Außer, dass ich den Weg blockiere. Darf ich den bitte angreifen? Ne, darf ich nicht. Der ist ja in der Nebelform. Ha, ha, ha. Ja, der ist ja wieder, äh, das ist ja wieder zum Schießen hier mit euch, hör mal, da, da kommt ja richtig Spaß bei auch, dass man die ganzen Gegner mal so schön angreifen darf in ihren scheiß Nebelformen, ne? Jetzt ruhig mal doppelten Damage machen können. Ich fahre für Honour. Ich fahre für Honour. Ja, das bringt mir gar nichts, was du für Honour feitest. Du hast ja nicht keine Leben mehr, du Affenkopf. Ja, tut mir leid, da musste ich einmal nach meinem Hund gucken, ähm, die ist hier gerade und hat äh, Geräusche gemacht. Also, ich dachte, die hat vielleicht irgendwas. Ja, du kannst natürlich nicht mitspielen, weil du dich hast die ganze Zeit löschen lassen. Was sag mal, ist es denn jetzt mal gut hiermit? Da könnt ihr mal aufhören, jetzt die ganze Zeit auf Cirque rumzuhauen. Der arme Kerl, ey. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, ich werde nach oben bleiben. Kloppt hier. Hör auf jetzt! Mann! Lass Cirque hier in Ruhe jetzt. Der ist gleich tot. Der ist gleich actually tot. Der hat einfach keine Bewegung gemacht. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Oh, jetzt ist der auch wieder beteiligt, dass die das machen dürfen. Ist so frech. Ist so frech, diese Skifiecher. Guck mal, wir sind alle eingefroren hier unten. Was ist denn das? Dass die das einfach so machen dürfen, ist so ein Witz einfach nur. Wir wundern doch nicht solche Probleme gegen hier. Die sind da doch einfach völlig overpowered. Guck mal, wir sind alle einfach am Arsch. Nur noch Lady Dindra and Chilty und so ein halb angefragter Tönnis, Alter. Was soll ich denn mit ihm hier? Ich meine, guck mal, er kann aber ihn killen vielleicht. Okay, wenigstens etwas. So, jetzt, er kriegt natürlich auch wieder einen, der ist gleich tot. Ich habe Sir-Key, ich verliere Sir-Key gleich. Ja. Das sieht echt, das sieht actually eng aus. Der hat noch 17 Leben, Digga, der ist gleich tot. Ich muss mich mit dem absolut zurückziehen. Wir spielen gleich ein 3 gegen, äh. Darf ich jetzt? Komm, Sir-Key, lauf. Lauf, warte, kannst, Junge, ey. Für dich ist, äh, Spaß hier vorbei. Warte mal, der erste Angriff kostet doch nichts. So, gleiches Geld für dich. Äh, du darfst bis hier laufen, das machst du jetzt auch direkt. Und ich möchte jetzt, dass Lady Dindra and Chilty, dieser hier annimmt. Macht sie weg. Wenn die da jetzt gleich noch einer von steht, ne. Besten Dank, die sieht den nicht. Jetzt sieht die den. Aber 6 Damage schafft die. Oh, perfekt, ey. So, zurück. Du machst noch nichts mehr, diese Runde. Das gleiche gilt für dich, Sir-Key. Ich will dich nie mehr sehen hier im Gefecht. Halt. Hat der mich wieder da reingeworfen? Das, die werfen mich auch, die, also die sind wirklich stark, diese Skifiecher. Na, ich mein, guck mal, ich werde mich zurückwerfen. Jetzt stehe ich da wieder drin und bin gefrostet. Wirklich, das ist so ein Joke, einfach nur, äh, ja gut, mit dir, du bist raus, ne. Sieht der vielleicht noch irgendwen, je nachdem, wo ich jetzt hingehe. Ja, hier würdest du was sehen. Wenn ich zumindest dein, dein Schild da mal einmal rausnehme. Und dann möchte ich auch davor werfen, mit Sir Bollan und Rüstung mir geben. Wir sind fast fertig. Nein, warte mal, doch, äh, die, die kann ja nichts machen. Ach, sag mal, ey. Ja, hol doch mal so ein Tor ran, besser ist. Wir haben ja noch nicht genug Gegner hier, die das alles machen dürfen, ne. Jetzt ist er auch wieder betäubt. Ey, Mann, ich bin so genervt von denen. Diese fucking Viecher, ehrlich. Mach den Tod jetzt. Das gibt es nicht. Jetzt stirbt die nicht, oder wat? Das gibt es da wohl nicht. So, komm, jetzt mach das. Mach das Tor kaputt, Lady Dindrain. Mach es kaputt. Ich will dieses Tor hier nicht sehen. Ich hab wirklich mit genügend Leuten jetzt hier gekämpft. Jetzt ist es hier Feierabend. Mach's weg. Dankeschön. So, wenigstens eine, auf die man sich hier immer verlassen kann. Im Vergleich zu zwei anderen. Nicht wahr, ihr Loser? Der hat auch noch mal was abgekriegt, ne. Äh, Lady Dindrain. Und hier kann die was sehen. Das ist gut. Was ein Kampf. Boah. Also hier geh ich auch nix mehr erkunden. Das werdet ihr mir mit Sicherheit nachsehen können. Ein Kampf. Wird ihr euch der Tafelrunde anschließen. Okay, dann willkommen an der Tafelrunde. Ne, es ist... Was? Finde Agatha die Heilerin? Scheiße, die hab ich noch nicht gefunden. Weiß du was? Fick Agatha die Heilerin. Hau rein Agatha. War nett mit dir, aber ich... Nein, danke. Der hat für 74 in meiner Live-Points... Da sind... Alter. Nee. Also wirklich nicht. Der ist... Alter. Sir Brunor Lenoir ist zurückgekehrt. Mein Ritter hat die Bürger für das Verstecken von Ernd und Vieh zurechtgewiesen. Sehr schön. Dankeschön. Was haben wir denn jetzt hier für eingekriegt? Wo ist er denn? Da, hä? Katapultiere. Ach, da unten. Ähm, gewährt dem Held ein Reichweite... Äh, das ist gut. Das ist ja wie gemacht für Lady Dindrain. Damit hat die auch ihre vierte Fähigkeit und damit ist die auf jeden Fall full. Oh, ich fass es nicht. Guck ihn dir mal an, den Versager, ey. Ich fass es nicht. Alter, ist der unbrauchbar geworden. Was ist denn da passiert? Was? Und damit geht der eigentlich voll ab? Scheiße, Mann. Der Rüstungsverlust verringert sich um 20%. Das ist doch mal eine Ansage. Vielleicht kann ich dir damit ein bisschen weiter... Ja gut, jetzt bist du eh erstmal wieder raus. Ich kann mich jetzt erstmal gnadenlos im Krankenhaus behandeln lassen, mein Lieber. So, wie sieht's denn mit dir aus? Redlich. Aha. 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 Auch wieder nix, ne? Rechtsschaffend. Da ist auch wieder keiner, den ich geäumt habe. Ich kann die alle nicht gebrauchen hier. Ich brauche einen für die Kathedrale, motherfuckers. Da kann ich auch den hier behalten. Okay, wir können erstmal noch einen weiteren Heldenplatz hier freischalten. Das heißt, wir können jetzt erstmal noch... Ich kann dich mal auf jeden Fall noch mal trainieren. Ja, du musst mit nächste Runde, ne? Das hilft alles wieder nix. Wir müssen uns aus Pietz. Guck mal hier. Das kostet drei Missionen. Boah, der hat letzte Runde schon so aus dem Maul gekriegt. Alter, ey. Was ist nicht... Ey, warte mal, bevor ich den jetzt behandle, guck ich erstmal noch, das ist eh nur so viel. Ein Event haben wir nämlich noch. Das suchende Biest. Ei, ei, ei. In einem abgelegenen geheimen Tal lebt ein furchterregendes Monster, das suchende Biest. Das Ungeheuer hat schon viele Ritter getötet und nach Jagd auf die Bauern der umliegenden Dörfer, die nun zu verängstigt sind, um die Ernte einzubringen. Legenden zufolge war das Monster 1 ein gefallener Ritter, der verflucht wurde, weil er seine Priesterinnen und Herren vom See verführt hatte. Das suchende Biest muss auf ewig leiden oder bis ein würdiger Herausforderer auftaucht. Ich befehle, dass dieser verfluchte Ritter gejagt und getötet wird wie eine wilde Bestie. Gäbe 300 Gebäuderessourcen, aber... Hier würden alle drei... Ich werde einen Ritter... Ja, komm, dann entsenden wir einen Ritter, der das in einem ordentlichen Duell besiegt. Den schicken wir denn. Hier, dich schicken wir. Ich lasse alles einfach nicht, ey. Alter, es ist doch schon wieder nicht die Möglichkeit hier. Habe ich noch Platz in der Kathedrale? Ich habe echt noch Platz in der Kathedrale, ne? Digga, auch das dauert drei Missionen, die alle... Oh mein Gott. Ja, weißt du was? Komm, dann nehmen wir die Kosten... Wir nehmen die Lebenskraft-Heilung hier. Für Geld. Und Lady Dindrain kann nochmal gelevelt werden. Das ist natürlich auch gut. Alter, die denn da noch so fein ist. Ähm... Den spurt. Der ist gut, den taken wir. Wie denn da aus? Hast du noch irgendwas für Lady Dindrain? Ne. Ne, ne, ne. Nix mehr da für Lady Dindrain. Alles Müll. Das ist Müll. Und das ist Müll. Ja, das ist Sir Key, mein Lieber. Also, ich weiß auch nicht. Mit dir bin ich im Moment ein bisschen unzufrieden. Na, guck dir ihn mal an. Der hat 22 Rüstung und hier dieser Lutschersohn hat 11. Ja, der hat sechs Rüstung und das ist ein fucking Fernkämpfer. What the fuck, ey. Also, wirklich. Sir Key. Das ist ein Loser. Und ich dachte, der Typ ist krass, ey. Ja, irgendwie wohl verdammt. Ich glaube, wir kaufen nochmal Heiltränke. Was sagt denn hier... Also, das füllt sich erst in einer Mission wieder auf. Alright. Der wäre einfach fast draufgegangen, Mann. Der hätte es einfach fast geschafft. Ey, ich sag dir, diese Ski, die sind echt... Das sind kernige Kollegen, ey. Uh, der Schöpfer. Oh, nein. Sili schon wieder, ey. Ach, du Scheiße. Haben wir mal hier die Jagd der Verdammten? Oh, schon wieder an, Sili. Oh, nee. Nee, nee. Wir gehen jetzt dann erstmal... Wir gehen dann jetzt chronologisch mit den Leveln. Also, das nächste ist der Silihof. Das sind auch schon wieder Sili, ne? Hör doch mal auf, ey. Immer diese Viecher. Gibt es doch wohl nicht. Naja. Dann komm, dann nehmen wir ihn mit. Das ist ein Respekt der Ski, die sich mit Sommer und Feuer befindet. Und es ist auch ein Ort, wo irgendwo in der tiefen Wälde geblieben ist. Das ist, wo wir müssen, um ihren älteren Kristall der Licht zu finden. Hm, okay. Dann, let's go. Ich hab mir nix mehr zu verlieren, wa? Scheiße mal auf deine fucking Wörter. Bring mir mal lieber irgendwie, äh... Hilf mir mal, dass ich mich heile oder so mit deinen enchanted words, alter. Was ist nix los? Was ist denn das da? Oh, okay. Ah, okay. Ah, guck mal. Oh, da ist was. Jetzt gucken wir uns gleich an. Und so, der Seelie kann den Weg nach der nächsten Glade öffnen. Das ist mein glücklicher Tag. Also, ich sag dir ehrlich, ey. Aseelie finisert seine Besitzung, indem er einen Bait in der ätherischen Licht, das ist genau das, was du auch machen musst. Also, ich sag ehrlich, ich glaube, dass das mit den zwei Streitern echt nicht mehr der Call ist. Mit den drei Streitern. Ah, guck mal. Jetzt kann ich weiterlaufen, oder was? Nachdem ich die Lichtung jetzt erkundet habe. Ah, betritt die nächste Lichtung. Ah, gut. Da werden dann wahrscheinlich gleich Gegner auf mich warten. Ah. Aber hier irgendwie mal eine neue Formation. Die Formation ist auch bestimmt auch gut. Dann sind die beiden Nahkämpfer vorne und die beiden Fernkämpfer hinten. Oh, was haben wir denn jetzt hier für einen? Grüßt euch, Männer. Ja, wir sind dritter der Tafelrunde. Wir kommen in Frieden. Meins, ihr wart auch mal menschlich, ne? Schließt euch uns an. Schließt euch euresgleichen. Schließt euch euresgleichen und kämpft an meiner Seite. Oh, mein Kind. Ich gehöre zu diesem Schildkort und bis ich nicht respirieren kann. Da kann ich was gegen tun. Das heißt, ich muss die jetzt wirklich fighten. Das ist auch schon mehr Käse. So, wie sieht das denn hier aus? Okay. Der Balan. Dann ärzt mal direkt hier. Direkt ran. Zack. Oh, da sind wieder einige. Wenn ich dahin gehe, kann ich wahrscheinlich sogar zweimal angreifen. Dann kann ich den ersten nämlich schon töten. Und dich hier schon mal ordentlich demizieren. Ich kann nochmal. Ja, sie, ja. Den Rest move ich. Keine Merke für den Wicket. Damit ist der nämlich schon mal platt. Kommt doppelter Damage. Ja, da ist er. Sehr gut. Alles klar. Perfekt. Damit haben wir schon mal drei rausgenommen. Das ist schon mal ein Anfang. Naja, ihr könnt da oben schießen, bis der Arzt kommt. Das wird nichts nützen. So. Ja, du bist natürlich geblendet worden. Das ist nicht ganz so gut, weil das will heißen, dass du den jetzt sowieso wieder nicht triffst. Ah, er trifft ihn. Doch, er trifft. Mega, Junge. Das ist doch. Mein Bester. Guck mal, hier habe ich sogar ein bisschen Deckung. Aber nicht nach hinten. Ist ein bisschen blöd. Ich würde dich gerne loswerden. Ja, das hat nicht gereicht. Schade. Ja, dann habe ich noch dich. Sir. Ivan. Will ich keinen? Und da kann ich einen sehen. Und da stehe ich auch relativ gut gedeckt. Und ihn anzünden. Ja, der ist sehr gut. Der stirbt nächste Runde. So, dann haben wir dich noch. Dich darf ja noch einmal angreifen. Einmal for free. Gut. Ja, sehr gut. Der stirbt. Ja, das ist alles nicht ganz so wild. Komm, dann liegt der Fokus nämlich jetzt bei den anderen gleich. Hä? Kann ich den wirklich nicht sehen? Die einen? An keiner Stelle? Doch, da kann ich einen sehen. Sehr gut. Für die Entdeckung macht das deutlich. Oh, das ist natürlich immer noch lecker Schmecker, ne? Dass wir diesen... Der kann zum Modelt helfen. Das ist schon mal gut. Vielleicht kritiert er den ja weg. Nein, tut er nicht. All right. Ja, wo willst du denn hin? Können wir mal gut hier mit weglaufen, oder? Geil, ey. Na, da sehe ich dich von keiner Pussy. Kann ich dich irgendwie sehen? Ach so gar nicht, ey. Ja, mal pro Gefecht kann ich das einsetzen, ne? Von hier kann ich dich aber sehen. So. Und dann komm schon, gib ihm. Das ist schade. Das hat ja fast geklappt. Und weg. Okay. würde ich das bitte wiederholen das verstehe ich leider nicht noch einen finden davon oder wird wenn der zweite baum sein nochmal nur die zweite lichtung so kann ich jetzt irgendwo hin hier ja nicht oder hier ist zu okay allerhöchstens da vorne oder da verstehe immer noch nicht ja dann probieren wir mal weiter wo geht es denn jetzt hier weiter hier auf der liste auf der liste mein gott auf der lichtung hier sind auch zu gute frage nächste frage hier vielleicht ist natürlich schon wieder ganz großer käse da ist dann mal wo geht es denn weiter bin ich blind oder bin ich blöd also entweder bin ich blind auf beiden augen oder halt einfach nur blöd hier wahrscheinlich das ist der soul mirror ein rare treasure created by the she artificers als der name bedeutet es ist ein mirror das reflektiert dein euren 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 ein na perfekt da sehe ich mich ja dran oh da ist was zum looten, all take it, da ist was zum looten, ah ok hier geht es weiter da sind die nächsten Viecher, dann warte mal da decke ich hier vorne den Kampfpunkt auch nochmal auf, doch hier ist auch klar, all right then, dann fangen wir mal an, was haben wir denn da für welche ok, wir haben 5 Gegner, äh Mordred und Lady Dindran, dann sieht die denn von hier auch nur einen, ne da mal mit den beiden, äh, mit den beiden gehen wir dann mal von hier aus, so ihr Lieben, ja mal Auge machen äh, guck mal wie einfach das Ziel gerade wieder ist, auch ein bisschen der Entdeckung, da gibt ja mal gar keinen Sinn und der brennt, der Kollege das ist natürlich schmackhoffatzig mal hinter das Gebüsch hier bitte ich werde mich mal mit dem da hinten, äh, mit dem da hinten mal ein bisschen anschießen man, U23 Damage, das ist echt nicht schlecht, ähm ah, der blindet den wieder, okay ein Sturm oh, ey oh, was passiert denn jetzt toll, Nachschub, geil für Camelot ich bin hier, um zu servieren so kann ich den nicht anschießen äh, sieht denn der den nicht ich sieht den nicht naja, gut, das ist, äh oh, gut, aber dafür konnte ich dreimal, äh werde ich jetzt mir einmal Rüstung geben denn jetzt, äh, sind hier einige, die mir auf den Sack gehen wollen Nächster ist klar da ist ein Gentleman in Weak Garden ja, der will mich aber auch, ne ja, der geht auf den Tennis was ist das denn? das sollte doch gar nicht so sein da steht einer mit 5.000 Rüstung ja, ob der den wieder betäubt, äh er ist wirklich eine ansoziale Fähigkeit ich bin froh, dass, äh, er ist aufgewichen gerade da hier weg hat's nicht anders verdient sieht den gar nicht, scheiße sieht den auch nicht hier wird's einsehen die da hinten die kann man wegmachen sehr gut, die haben wir weggemacht ja, da fehlt jetzt nur er hier ja, mein lieber, du hast dich mit dem falschen angelegt ähm, ich hau dich jetzt mal um den verfehlt ich hasse es nicht da verfehlt der den? oh, das kann nicht wahr sein ja, perfekt das war gut, danke dafür bei den Dindrain, äh, weich nämlich den ersten Treffer pro Gefecht aus der Dindrain der Dindrain der Dindrain Dindrain